Ich freue mich ganz herzlich bei Ihnen beiden, dass ich diese tolle Gelegenheit habe, heute Abend mich an Sie wenden zu können. In dieser zweiten Heimat für mich, neuen Heimat, seit sechs Monaten, wurde ich in diesem Job bestellt, die Managing Director der Sun Express, dieses Unternehmen weiter nach diesen ersten 25 Jahren, die Sie sagen, weiter zu entringen. Und zwar von diesem Heimatflughafen, dieser wunderschönen Stadt Antalya, die so viel zu bieten hat, von diesem selfizienten Flughafen, der unser Heimatflughafen ist und der auch sehr von unseren Partnerschaften abhängig ist. Ich habe zwar einige Erfahrungen in der Zivilluftfahrt, ich muss aber sagen, dass ich fast keine Erfahrung in der Touristik habe. Und als mein Vorgehener, Herr Paul Schweiger, den Sie sicherlich noch erinnern, als er mir die Übergabe gemacht hat, hat er mir viele Tipps auf die Weise gegeben, aber eine Sache hat er mir sehr ans Herzen legen wollen. Nämlich die Wichtigkeit der Partnerschaften in Prani, in dieser wunderschönen Touristik-Partnerschaft. Und ich kann Ihnen aus einer Erfahrung sagen, an den zehn Jahren, die ich die Starlands geleitet habe, wo wir von Partnerschaften abhängig sind, wo wir beweisen konnten, dass 1 plus 1, manchmal auch 3 sein kann, dass die Jahre, die ich die Sonnexpress leiten werde, Ihnen heute und hier sage, dass wir die Partnerschaften sehr ernst nehmen, dass wir die Partnerschaften nicht mit einem kurzfristigen Ziel betrachten, sondern das Sieg verabschieden. Vielen Dank.